So, hat jeder alles? Also wie gesagt, die Richtung da aus der ich komme? Nee, falsche Hilfe. Nee, wir gehen einfach Richtung Palota, oder? Ja, da hinten beim Nobelhaus, da hat's noch einen Brunnen. Mhm. Gibt hier irgendwie zwei Stück in der Stadt, wenn ich das richtig sehe. Mach ich hier mal einen Stopp! Mir kommt auch vor. Machst du da einen Stopp, oder was? Oh, jetzt bin ich aber wieder da! Ja! Na! Meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen, meinem Pallapfel. Hallöchen, lieber Ossi. Ja. Was? Ey, Fallapfel kann ja sprechen. Ja, der ist aber wenig. In letzter Zeit. Hier rein. Hier hat er in den Mund zugeklebt. Entweder das, oder hat einen Mundknäbel drin, oder er ist er müde. Das, aber wenn er müde wird, dann fängt er an, würres Zeug zu reden. Das ist halt immer lustig. Stimmt. Dann wäre er den ganzen Tag müde. Okay. Bei manchen Leuten ist das so, ja. Muss man hier über die weißen Striche springen? Palli ist ja schon eine Legende, wenn er müde ist, muss man ganz klar sagen. Hehehe. Hey, hinten war noch einer rechts. Soll die hier sein? Na komm. Oh. Ist ein Brunnen bei mir hier. Yeah. Ich bin falsch gelaufen. Sollte grad schon wieder zerken. Hier wo die Hand leuchtet. Im NMK auf mich, hier. Wo ist der Brunnen? Ich seh' nicht mehr. Da war ich nicht mehr. Ein Brunnen. Ein Brunnen. Ne. Wir sind alle hier. Doch, doch. Das war ich. Ich war da schon. Na gut, gut zu wissen, weil sonst wäre das ein Anzeichen gewesen, dass dann andere Spieler immer... Ein Narr. Ein Narr. Zuerst mal meine Flaschen füllen. Mh. Glaubt ihr, dass wir auffallen? Nee. Absolut nicht, wie wir hier auch alle haben. Ach, wir haben gute Tannung. Wir sind alle grün und der, der Blau ist noch grüner. Leute, wo seid ihr eigentlich genau gehoffen? Brunnen. Ja, schön, aber ich finde nicht. Sechs Idioten an der Wasserquelle. Der Zauberbrunnen, den können nur wir sehen. Das ist Tor offen. Mach jetzt hier keinen Unfug, ja? Nee, nee, ich such euch. Wo bist du denn? I fill my bottle. Boah, Panpap. I like it, when my bottle is filled. Gibt's da für mich auch mehrere? Ah, Jem Fuhl. Du meinst, normalerweise auf der anderen Straße? Du bist doch wieder vorbei gerannt. Meine ACOG-Ring. Wer pfeift denn da? Wer auch immer? Ja, da ist er ja. Ich hab' gefunden. Hat einer von euch grad gefeift? Nee. Gefeift. 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 Bestimmt. Bestimmt, Christoph. Nee, 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 nee. Boah. Oh, du bist voll. Ja, gut, alle Flaschen sind voll. Wir können weiter, oder? Warte, 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 ich muss noch eine Wasserflasche auf. Hat da einer gefiffen? Hat da einer gefiffen? Ja, hab ich auch gehört. Tötet ihn. Ich auch. Nein. Vielleicht wollen die uns ja hin, oder? Stimmt, das sind wir sieben Stück? Immer noch? Ja. Gut, gut. In die Hasengrube. Komm, meine Kinder. Soll ich mein A-Cock ran machen? Mein Cock-Ring? Kann ich ja bekommen hier. Ich hab ja jetzt zwei Visiere, aber kann ich ja jedes nutzen, wie es mir gerade passt? Das ist der Vorteil. Links gibt's noch einen Supermarkt, gell? Wir sind ja voll equipped eigentlich. Ja, ja, aber falls ihr noch Essen braucht. Essen, Essen, Essen. Dann geh ich noch mal schnell. Ich geh noch mal schon einkaufen. Bei Tuna hab ich noch. Ich hätte auch sonst noch genug Essen bei mir, wenn ihr wollt. Ich hab noch genug Spaghetti, Thunfisch und Sardinen bei mir. Oh, ja. Oh, ja, schlägt mal hin. Oh, herrlich, aber nur. Aber Leute, nur gucken wir mal mal was, was im Supermarkt gibt. Oh, ja. Ich checke mal das Bahngebäude ab. Ich glaub, das ist so eines, wo man reingehen kann. Da wurde ich letztens erschossen beim Supermarkt. Von einem schießwütigen Banditen? Ja, der hat drei Leute weggemacht. Also, der war alleine. Ja, so sind sie, die Banditen. Da ist er. Der war wahrscheinlich auf der Feuerbach hier oben und dann hat er runtergesnipt, oder? Nee, nee, der war bei uns. Wahrscheinlich der Bro gewesen. Nee, oder? Mach es. Komm weg, ich will, ich will, ich will, ich will. Ohhhh. Der Bro macht sowas. Habt ihr was gefunden? Brown Bro. Also, ich hab jetzt Stop gemacht. Le Bro James, Alter, der alte Basketballer. Hab jetzt Stop gemacht. Ne, ich hab genug Staff. Ach, hast du genug Staff? Nee, ich kann ja, ich kann ja aufnehmen, bis die schwarze Kraft kommt. Ich, ich, ich nehm noch auf. Ja, dann bräuch ich die nächsten paar Jahre nix mehr aufnehmen. Nee, Daisy. Da ist sie in der nächsten Zeit immer, ne? Ja, auf jeden Fall, nee, ich nehm, äh, ja. Bei Daisy muss ich ja nicht wie ein altes Leipen. Kommt da einer, ne? Zombies, kommt Zeug rein. Ja, ganz ehrlich. Was macht ihr denn Boden, die Jungs? Ich find fast, Daisy ist jetzt auf die nächste Zeit einmal satt gezeigt, oder? Weil, was bringt dir das, wenn du die ganze Zeit immer zeigst, wie du neig anfängst? Ja. Da kannst du auch mal so ein Staffel-Täuschen machen, sag ich mal, ne? Mhm, bis, bis, bis es mal interessanter wird. Bis die Brigitte im Spiel wieder ist, ne? Mhm. Ich mein, da auf der, aus der Aufnahmesession, was wir da jetzt machen, bring ich ja sicher mal fünf Folgen mindestens raus. Ja, aber nur mit Laufen. So wie ich, 36 Folgen Laufen. Der Wandersimulator halt. Ja, aber das ist ja heiß, ne? Ja, aber ganz ehrlich, ich bin immer so da, dass ich das, äh, das zwischen den Städten, das Wandern rausgeschnitten hab, aber, äh, dann das Looten in den Städten dringengelassen hab. Okay, vielleicht muss ich das nochmal nacharbeiten. Du Orbe, ey. Wenn man das auch mal schneidet, dann lass es ja kein Let's Play nennen. Ne, dann ist das nur noch Schneider. Du musst dann tapfere Schneider leihen, ey. Und sonst hab ich ja nicht, ich hab's ja nicht Let's Play genannt, sondern Survival-Tagebuch. Ah. Das ist natürlich raffinieren. Richtig. Das ist, das ist natürlich, ja. Hätte ich ja auch drauf kommen können, aber da ich ja, ne? Natürlich ganz schön raffgierig. Im grünen Helm hab und so, passiert nicht. Kennst du Rafiki? Ja, natürlich, wer kennt Rafiki nicht. Oder du machst halt sowas wie ich und Ossi gemacht hab, so, äh, Fun-Sachen. Die kommen ja auch immer relativ gut an. Ah ja. Relativ gut. Kommen die an. Relativ gut. Das ist wieder große Wand. Wir sollten echt ein bisschen mehr aufgeteilter laufen, ehrlich, Leute. Warum? Ja. Na, aber... Also ich... Christoph, geh mir hoch zum Hochweißern. Wer kommt da jetzt entgegen? Äh, ja, können wir. Kommt da einer entgegen? Was, wo? Ja, es war... Es war zu Glück einer von uns. Schade, sonst hätten wir ihn festnehmen können. Mhm. Ja, mit. Komm Christoph, wir gehen mal hoch zum Hochweißern. Schade, schade, dass es hier... Wir hätten ihn mit, mit frischem Obst füttern können und ihn ernähren können. Mhm. Mit unseren Sexsklaven. Ja, das, das wäre fast... Äh, Leute, aber das wäre jetzt sicher interessant... Jetzt, kurz ernsthaft, ähm, es wäre interessant, wenn ein paar Leute unten laufen an der Küste und ein paar andere Oben von Sniperhügel sichern, falls da, falls man... Ja, ich bin der Meinung, dass ihr unten lauft und wir oben unten. Ach, mir ist halt egal. Ich lauf schon unten. Das ist eine Possibility. Wir haben ja noch keinen einzigen gefunden. Christoph, komm. Christoph, komm. Da staun ich. Äh, wenn ich alleine unterwegs bin... Die Österreicher, die zwei von vorhin, die sind auf meinen TS gejoint und haben ein paar User genervt. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Aber den gebe ich nachher dann. Ja, der ist es dann. Ah, das kannst du vergessen, ne? Weil, müsstest du bitte mal euren TS dann auch mal da lassen. Hm, hm, mach mal. Vielleicht können wir irgendwann noch mal zusammenspielen. Ja, ich habe hier einen Haufen Getränke. Ja, meistens, oder, ähm, auf dem Papstzauber halt. Der Papst. Ja, hm. Für Papst. Der Papst in den Wald geschissen. Äh, Leute, ich bin in ein Gebäude reingedangen. Ja, eigentlich in die Hülle. Ja, ja, eben. Ich luchte gerade wieder in ein Gebäude. Ja, schön. Aber eigentlich so, das ist schon relativ unser Main so, aber... Weiß nicht, die Admins haben wir schon kennengelernt. Die sind eigentlich relativ nett und freundlich. Okay. Cheaten nicht, tun keine Wachsues. Ey, da oben läuft einer. Ist das einer von uns? Ja, ja, ja. Ich bin das. Okay, vor dir... Ich glaube, wir sind sowieso die beiden einzigen hier unten, die noch, ähm... sich halbwegs an die Straße halten. Ne, ne, da ist noch einer. Einer ist hier noch. Oh, wir sind zu dritt. Weih, noch einer, noch einer. Wo seid ihr doch schon bei einem Bahngebäude? Nein, wir sind jetzt bei der Tankstelle. Ja, Tankstelle. Sind da, äh... Sind da, äh... Ding dabei, ähm... Zugwaggons. Er wisst ja eigentlich, dass man die, dass man die Tankstelle in die Luft sprengen kann. Also hier, ich bin das hier in der Straße. Warte. Das ist möglich. Ja, ja, das ist möglich, das ist möglich. Du kannst auch Tankstellenroulette spielen, was ich gesehen habe. Hey, da ist eine im Wald. Oh was. Da ist eine im Wald. Wo? Links von dir. In Position ein! Freunde, in Deckung! Ich habe ihn nicht gesehen. Am Hügel! Ja, ich sehe ihn! Bleib stehen, bleib stehen! Habt ihr ihn? Der ist tot! Alter, das war ich, Jungs! Alter, das war ich, Mann! Nee! Nein, war ein Scherz! Wo ist denn? Wo ist denn? Gleich hier beim Bauen. Der Bezos. Ist auch ein alter Scherz! Der hat mich fast erwischt, ey, Digga! Der hat einen S-Cast bei, wer will die auch? Du! Der meinst, der ist alleine? Oh, der hat zwei Muni-Kisten dabei, Alter! Ich muss ganz ehrlich auch nochmal durchziehen, wieviel wir sind. Oh, oh, oh! Wir waren sieben! Ich sicher! Wir waren sieben, ja! Ich bin, glaube ich, an der Tanke vorbei. Ich sicher, Digga! Ja, mach das! Der war bestimmt nicht alleine, Leute! Müsst ihr mir auch nochmal eure Figuren einbringen, den Falli erkenne ich natürlich mit seinem Cowboy-Hut? Mit seinem blauen Rucksack? Ist das jetzt hier? Ja, bei uns haben eigentlich ziemlich viele, das bin ich jetzt. Ja, das bist du, ne? Bei uns haben wir ziemlich viele, die Ding, ähm, grüner Rucksack, oder? Ja, das kommt rein. Bin der mit dem... Bis auf den Falli, und, äh, haben alle grüne, also entweder die hellgrünen, was ich habe, und, äh, oder die, die Hunter. Okay, hier, ich hab Kohletabletten, Peter. Nee, die haben wir vorher schon gefunden. Der ist alleine, da ist keiner mehr. Ich bin übrigens immer noch sick, aber die Farbe kommt wieder. Yeah! Yeah! Ey, wer rennt da im Wald von euch? Das sind wir beide? Wir sind im Meer oder im Wald? Hey, hier sind wir, hinter euch! Wir sind hinter euch! Ah! Da, da war der böse Mann! Jungs! Der ist Lenderman! Kommt mal her! Ich hab ihm einen Kopfschuss gegeben. Zeig mal die Leiche, bitte! Ja, kommt looten! Das Essen ist sehr gerichtet! Ja! Ja! Hey, was hat der für ein Scope auf... Hey, Leute! Der hat ein geiles Scope auf seiner SKS! Ja, den nämlich! Die sind alle hier! Wie geil, ey! Ich bin der Scope! Ich bin der Scope! Ich bin der Scope! Und Handschuhe, damit ich nicht... Hey, Jungs! Ich dropp noch Mooney in dein Backpack hin! Äh, Leute! Gib mir mal, lieber Mooney! Ich hab noch gar nichts! Meins, meins, meins! Leute, Leute, Leute! Leute, ich hab keine Hände mehr! Hey, der hatte gar keine Scope! Dann... Ich hab noch einen Scope anstatt meines... Äh... Ja, warte! Ich will sie eigentlich gerade in die Hand nehmen und abchecken, ob etwas Interessantes drin ist! Mach mal! Aber ich muss das in mein Inventar ziehen! Kann ich meinen First-Aid-Cat vielleicht auch reparieren? Ich guck mal! Äh, Bantagen zwei Stück, Racks und ein IV-Starter-Kit! Die Ding, die Blood-Bag-Kit und die Spritze ist ja nichts ganz zu kauf! Ich geb's wieder rein ins Inventar, wer's braucht! Warte mal! Meine SKS... Ich nehm aber die Handschellen-Schlüssel mit! Man weiß ja nicht! Meine Munition von meiner SKS ist weg! Guck mal, jetzt sind doch Antibiotika! Musst du die nicht nehmen, wenn du's nicht bist! Warum nimmst du die nicht? Die... Die... Äh... Tetra-Antibiotika sind gegen... Äh... Sag schnell! Ähm... Das Narrentum! Vergiftung, oder nicht? Vergiftung, ja! Leute, ihr... Ihr fummelt da alle drin rum! Ich krieg die SKS nicht hier... gegriffen! So, ich leg noch Mooney mit die M4 rein in den toten Körper! Kann die jemand rausnehmen! So, Leute! Jetzt, jetzt... Jetzt klatscht, klatscht! Warte, warte kurz! Warte kurz mit der SKS droppen! Ich lass sie dir noch nach! Das geht nicht! Das geht leider nicht! Neubauer, komm weiter! Jo! Also, wir gehen in Richtung Hochhaus jetzt weiter! Also, die SKS ist jetzt durchgeladen, gell? Okay, Loot, den fertig! Die Muni ist direkt für dich! Mh, Vitamintam lecker! Jetzt hab ich sie! Mh, lecker, lecker! Was ist mit dieser Munition, die hier noch liegt? Knuspern so schön! Das ist doch M4-Munition hier! Ja, ja, hat er gesagt! Warte vor dem Eingang! Hat er ja doch gesagt! Ich könnte... Warte mal! Ich gehe aufs zweite Haus, Neubauer! Welchen Zustand hat eigentlich sein Rucksack? Achso, der hat gerade eine Dose aufgemacht! Der hat eigentlich einen grünen Hunting-Rucksack! Der ist mir fast lieber als mit meinem Mountain-Typeck! Ja, ich hab meinen... Ich hab meinen Hunting-Typeck! Ja, aber ich werd den jetzt wechseln einfach! Wenn ihr erlaubt! Könnt ihr mich da mal kurz abdecken! Es ist uns genehm! Alter Schwede hat ja viel Ding mit Munition, gell? Der hat richtig viel! Der hat richtig viel, ja! Der hat richtig viel, ja! M4-Munition? Ja, das ist auch genug! Aber der hat halt keine M4 gehabt, ne? Ne! Der hat eine SKS! Welch ein Knecht der Finsternis! Wir brauchen auch weiter, ey, weiter! Braucht einer dieser anderen komischen Munitionen die hier? Hm, noch mehr Wetter wie in Tabletten! Jam, 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 jam! Ess die einfach auf, weil ich jetzt Lust drauf habe! Hm, schmecken die gut! Oh, die knirschen so schön! Hm! Wer weiß vielleicht, wenn man ganz viele von uns kriegt, war ein Stärkepunkt oder so dazu! Der hat nachher SKS Munition in seinem Rucksack, gell? Ja! Wie viel hat er denn noch? Vitaminschalk jetzt! 40 Stück! 40 mal SKS! Man, warum... Warum droppt es das... Warum haut es das nicht raus aus seinem scheiß Rucksack? Ja, weiß ich auch nicht! Weil ich... Ich fürchte mich nämlich, wenn ich jetzt mein Rucksack droppe, dass der weg ist! Das ist möglich! Weißt du was? Ich scheiß drauf!